Liebe Anne, herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Max. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu quatschen. Ja, ich mich ebenso. Und wir haben ja schon uns im Vorgespräch so gut unterhalten. Also mit dir ist es ja immer so ein Vergnügen zu sprechen. Und deswegen freue ich mich, dich heute auch mal unsere Community vorzustellen mit einem Wahnsinnsthema. Und zwar, es geht um Blutzucker, um Continuous Glucose Monitoring, was so viel bedeutet wie Echtzeit-Blutzuckermessung und natürlich deinem neuesten Projekt, Hello Insight, einem ganz spannenden Start-up mit Sitz in Wien, also deutschsprachig. Und die uns dabei helfen, mehr über unseren Körper zu verstehen. Jetzt in deinem ersten Schritt anhand unseres Blutzuckers. Genau. Ja, meine ganz allererste Frage ist, und wir starten ganz einfach so, was ist eigentlich der Blutzucker wert? So für jemanden, der jetzt vielleicht sagt, ja, ich verstehe, das hat irgendwie mit Diabetes zu tun oder Leute müssen das manchmal messen, die ein Problem damit haben. Aber was misst denn der Blutzucker eigentlich? Ja, super Frage, klingt sehr einfach. Ich versuche auch einfach zu antworten. Genau, also Blutzucker oder auch Blutglucose, wie wir das ja ein bisschen fachmännischer auch beschreiben können, ist eben der Nummer eins Energielieferant unseres Körpers. Man sagt immer so, our preferred fuel. Das heißt einfach, das, was es unserem Körper am einfachsten macht, Energie daraus zu ziehen. Und mit dem Blutzuckerwert, da können wir noch ein bisschen über die verschiedenen Arten sprechen, messen wir einfach den Anteil der Glucose im Blut. Und da gibt es bestimmte Zielwerte, wo man unterscheiden kann, ob es wirklich noch ein gesunder Wert ist oder ob wir uns schon, da denkt man ja auch oft dran bei Blutzucker an Diabetikerinnen, ob wir uns schon in so einem pathologischeren Bereich, also einem erhöhten Blutzucker, bewegen würden. Genau, also das ist erstmal so ein ganz hoher Einflug. Ja, genau. Da gleich nochmal die Folgefrage, weil es gibt ja den anderen Wert, den Langzeitblutzucker. Und vielleicht nur nochmal ganz kurz zur Erklärung, was ist denn da genau der Unterschied? Genau, also gerade wenn wir uns jetzt die Technologie von der kontrollierlichen Messung anschauen, da haben wir ja wie so ein kleiner Schnappschuss mitten aus deinem Blut, wie gerade die Situation ist und haben wirklich so ein unmittelbares Feedback und sehen, was wirklich, sage ich mal, was du zuletzt gegessen hast, wie das jetzt gerade auf deinen Blutzucker wirkt. Wohingegen der Langzeitblutzucker, das ist der sogenannte HbA1c-Wert, der misst über einen Verlauf von vier bis sechs Wochen, der misst sozusagen einen glückierten Anteil an Zellen. Das müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Der gibt uns halt einen langen Zeitwert und der hilft bei vor allem Diabetikerinnen zu schauen, okay, ist der Blutzucker gut eingestellt? Das heißt, der mittelt so ein bisschen, wie ist eigentlich die Kurve im Verlauf dieser Wochen gewesen und kann uns da dann eben einen Eindruck vergeben, kann aber eben nicht das, was so wirklich so zauberhaft eigentlich ist, beim Blutzucker in Echtzeit, nämlich diese Zusammenhänge zu erstellen. Weil das können wir ja dann viel besser verstehen. Was hat Ernährung, Bewegung gerade für einen Einfluss und was kann ich denn da auch machen und ändern? Und deswegen sind das eigentlich ganz unterschiedliche Ziele, die man mit diesen Werten verfolgt. Ja, da können wir ja gleich mal jetzt einen Live-Versuch machen. Und zwar habe ich ja einen, dank dir, einen neuen Blutzucker, ich zeige mal für alle, die zuschauen, einen Blutzuckermesser, einen CGM, ich sage nochmal, Continuous Glucose Monitor am Arm, und zwar den Freestyle Libre, den auch ihr verwendet bei Hello Insight und da gehen wir auch dann nochmal drauf ein. Und jetzt teste ich mal. Und zwar, ich drücke da auf mein Handy, auf den Knopf Glucose testen, halte das Handy jetzt an meinen Blutzucker und sehe den Scan. Spannung steig, Max, was ist es? 98. Ja, überrascht mich nicht, dass du einen sehr guten Blutzuckerwert hast. Ich meine, wir haben jetzt am späten Vormittag, ich weiß nicht, ob du dich heute schon bewegt hast, ich denke schon. Und hast du schon was gegessen? Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe aber einen Flat White getrunken und zwar auf dem Rückweg von meinem Borgenspaziergang. Ich war tatsächlich auch schon im Wasser. Und da ist nämlich, ich könnte mir vorstellen, auch ein Zusammenhang. Ich war sozusagen in der kalten Isar und habe danach noch einen Flat White getrunken mit normaler Milch. Oh shame, aber ja. Und dann habe ich noch hier einen Kaffee getrunken und das war es allerdings bisher. Ja, sehr, sehr spannend. Ich meine, oh shame, sagst du natürlich, wegen Kuhmilch jetzt vielleicht, für den Blutzucker. Ich meine, sagen wir immer so, wir starten jetzt ja schon mit den Pro-Tipps hier rein. Nein, Eisbaden ist jetzt nicht das Erste, was ich Leuten empfehlen würde zum Blutzuckerstabilisierung, die das noch nie gemacht haben. Aber ich finde, der Kaffee ist ein super Beispiel. Das ist nämlich so mein Lieblingsexperiment. Ich habe das nämlich auch ausprobiert. Kaffee mit allen Milchsorten. Und was, ja zum Beispiel, wenn du jetzt gesagt hättest, ich hätte Hafermilch, dann hätte ich mich fast so gewundert, weil das ist was, wo viele Leute spiken. Das heißt, wir nennen das immer einen Spik, wenn der Blutzucker stark ansteigt. Das heißt, wahrscheinlich durch eine etwas fetthältigere Milch und eben keine Haferbasierte Pflanzenmilch hast du da auch schon sozusagen den ersten Hack für dich gefunden und das rausgefunden. Also generell habe ich ja jetzt auch positiv reagiert und gesagt, so 98 ist ja top. Ist natürlich jetzt für mehr oder weniger... Also im grünen Bereich hier. Ja, im grünen Bereich. Genau. Genau, also hier ist so eine, obwohl jetzt habe ich die, du kannst ja auch, genau, ich zeige dir mal meine heutige Daten. Daten und zwar, das finde ich bei Protokoll, glaube ich. Genau. Also das sind meine Werte heute. Ach, das siehst du jetzt nicht. Ja, jetzt sehe ich es hier nicht so gut. Doch, so ein bisschen. Ich lese dir mal vor. Aber Sie sehen alle unter 100 aus, oder? Habe ich jetzt zwar alles zwischen gesehen. Also ich habe angefangen mit 92 und bin jetzt sozusagen nach dem Kaffee auf 98 hoch. Ja. Ja, also ich meine, das ist ja ein minimaler Anstieg. Das nennt sich alles, was wir sagen, wir nach einer Nahrungsaufnahme machen, nennen wir Postprandial. Weil, ist jetzt die Frage, so ein Käffchen, ist das jetzt schon so eine vollwertige Mahlzeit? Aber man sieht halt schon, das ist ja interessant, es wird irgendwie Blutzucker wirksam. Das heißt, der Körper reagiert da drauf, nimmt sich dann eben Glucose, wir messen ja mit dem CGM, dem Continuous Glucose Monitoring, nicht im Blut, aber im Gewebe rund ums Blut, weil das geht einfach nicht so tief rein. Genau, und da siehst du halt schon, alles, was du tust, also Bewegung, Ernährung, aber auch Stress und Schlaf, hat einen Einfluss direkt in deinem Körper. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil du zoomst halt direkt rein, was passiert hier eigentlich? Genau, und wenn du jetzt was gegessen hättest, hätten wir schon erwartet, dass es ein bisschen stärker ansteigt. Da hängt es natürlich auch ganz stark davon ab, was du gegessen hast. Aber das ist natürlich das, was man eigentlich innerhalb von wenigen Minuten sieht, im Körper passiert was, weil ich was reinsprue. Genau, und das ist auch, was ich gerade nochmal erwähnen will, was ich die nächsten Wochen zeigen werde, wie sich mein Blutzucker verändert. Und deswegen jetzt auch, wenn du zuhörst, diese Episode wurde zeitnah aufgenommen, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir das so ein bisschen mitverfolgen, weil das ist ein super cooles Experiment. Und das heißt, was du machen kannst, ist auf Instagram gehen und gleich mal Hello Insight folgen. Ja. Und da Anne Latz, die geht ziemlich auch. Und Flow Grade und dann mal nachschauen so, ich werde das jetzt täglich so ein bisschen dokumentieren über die nächsten zwei Wochen, wie sich mein Blutzucker mit dem Messgerät verhält und wie ich auch die Hello Insight App dazu verwende. Ich war übrigens ein guter Schüler heute und habe meine Hausaufgaben gemacht und habe schon eingegeben, so in welcher Uhrzeit habe ich meinen Kaffee getrunken, wann bin ich spazieren gegangen und wann bin ich in mein kaltes Isarwasser gestiegen. Ja, spannend. Und da bin ich dann, da kannst du mir dann gleich noch sagen, was man dann rausfinden kann. Ja, sehr gerne. Aber du wolltest gleich was einwerfen. Nö, ich wollte sagen, ich mache gerne mit. Ich habe mir auch heute einen neuen Sensor dran gemacht und für mich ist es auch immer wieder spannend, einfach zu gucken. Also das Kaffee-Experiment hatte ich erzählt und war es für mich so good news. Man kann eigentlich, ich konnte fast alle Kaffeesorten gut trinken. Man kommt natürlich immer davon ab, wie viel Milch man reinkippt. Aber dann kommt man immer mit neuen Fragestellungen ran. Und was ich mir jetzt zum Beispiel auch anschauen will, weil es ist gerade super gutes Wetter und wir haben das jetzt ein paar Mal im Team erlebt, dass Leute einen sogenannten Glucose-Spike, also diesen Anstieg vom Blutzucker hatten, ohne dass sie was gegessen, getrunken hatten, saßen irgendwo und sie saßen in der Sonne. Und das ist so spannend, Sonne als Stressor. Wir mussten das erst mal so ein Muster finden, weil man beobachtet ja auch einfach nur und denkt so, was ist denn jetzt? Gestresst bin ich gerade auch nicht. Aber diese Sonne macht halt dann doch was. Das merken wir ja auch, wenn wir in der Sonne sind. Das ist anstrengend. Und das sehen wir dann auch. Und das fand ich total interessant. Deswegen mache ich jetzt mal ein paar Sommerexperimente. Ich finde es ja auch so spannend. Du weißt ja, ich war gerade auf der Dominikanischen Republik und ich bin immer dann morgens ganz früh eigentlich mit dem Sonnenaufgang, weil wir wirklich direkt am Strand waren und beim Sonnenuntergang immer rausgegangen und du merkst dann aber mit der aufgehenden Sonne, irgendwann wird es unangenehm. Und zwar nicht nur, wenn du länger drin bist, sondern allein der Schritt in die Sonne schon. Also da merkst du auf der Haut, das ist too much. Und da gibt es bestimmt diesen einen Punkt, so wie viel Grad oder so oder wie stark die Sonne ist, wo der Blutzucker ansteigt. Wo es kippt. Ja, total interessant. Und da denken wir, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht nochmal, um das große Thema aufzuspannen, das geht ja hier immer um Personalisierung. Wenn jemand sehr viel in der Sonne ist, vielleicht ist es dann auch, ist dieser Threshold, diese Schwelle einfach viel später da. Das ist natürlich genauso, wie ich jetzt denke, dass du jemand bist, der metabolisch sehr flexibel ist, der sehr gut zwischen Glucose und zum Beispiel Fett wechseln kann, weil du vielleicht mal so Intervallfasten machst, sehr, sehr körperbewusst bist. Und das ist natürlich so total cool, weil du für dich natürlich jetzt die Fragestellung angucken kannst. Ich weiß nicht, ob du dir schon was überlegt hast, aber welche Snacks sind es? Welche Alltagsdummheiten? Machst du irgendwas, wo du denkst, es ist gut, fühlt sich aber eigentlich gar nicht so gut? Diese Personalisierung ist natürlich so cool, weil du deine eigenen Experimente dir raussuchen kannst und du ganz viel Muster finden kannst. Ich kann dir schon eines sagen, und zwar, ich habe als absoluter Nichtraucher, ich habe nie geraucht in meinem Leben und ich bin dann tatsächlich aber durch eine Therapeutin auf Nikotinkaugummis gekommen, und zwar Nikotinkaugummis. Es gibt tatsächlich wahnsinnig schlaue Leute, auch Professoren, die das verwenden, weil es Acetylcholin im Hirn ausschüttet oder zu einer Ausschüttung führt, was unter anderem die Fähigkeit, neue Dinge zu erfassen, also Memory, erhöht und erhöhen kann. Und es ist tatsächlich so, also wenn ich einen Podcast höre und nebenher ein Nikotinkaugummi kaue, dann habe ich das subjektive Gefühl, dass ich mich an mehr erinnern kann. Ach, spannend. Und dann habe ich aber leider, weil Nikotin natürlich süchtig machend ist, angefangen immer mehr zu kauen und so, und dann war ich als absoluter Nichtraucher irgendwann tatsächlich süchtig, würde ich sagen. Ich würde tatsächlich sagen, das war wirklich eine Art Sucht, weil ich habe immer wieder gespürt und habe es dann komplett aufgehört. Also jetzt kaue ich gar nichts mehr. Und jetzt wollte ich aber mal ein Experiment machen, weil es gab immer den Punkt auch, wo ich dann so ein, also am Anfang hast du so einen Leistungsschub mit Nikotin und übrigens über Kaugummis oder eine geringe Dosis, weil so ein Kaugummi hat zwei Milligramm, das ist auch ungefährlich. Da gibt es sehr, sehr gute Studien dazu, und vor allem, da ist ja auch kein Keter drin und es belastet die Lunge nicht, wie das Rauchen. Also es ist eine ganz andere Geschichte. Aber eben, es hat diesen Effekt und dann kam aber der Punkt, also neben auch dieser Sucht, wo es zu viel war, wo ich dann gemerkt habe, boah, ich habe einen totalen Einbruch, ich konnte mich hinlegen, die Augen zu machen und einschlafen. Und da wollte ich jetzt mal ein Experiment fahren, ob es da tatsächlich einen Blutzuckerzusammenhang gibt. Ja, spannend. Da musst du mir berichten, das habe ich jetzt auch noch nicht untersucht, aber das ist genau das Coole, weil jeder kommt mit einer Fragestellung, einem Painpoint oder einer Erfahrung raus. Und was ich so total faszinierend finde, ist, wie du eben diese, ich sage jetzt mal, Lebensstimmodifikationen, jeglicher Art, wie jetzt das, irgendein Event, irgendwas, was du tust, mit deinem Wohlbefinden dann im Zusammenhang setzen kannst. Ich hatte das letzte Woche oder vorletzte, war ich bei einer Veranstaltung, da war es super warm und wir saßen alle drin, da hatten wir coolerweise Getränke verteilt und ich habe halt so eine Schorle getrunken, aber es war halt schon so eine halbe Liter Rhabarberschorle und ich hatte mit den größten Spike meines Lebens. Und ich meine, also wirklich so, ich saß uns auf fast 200, was für mich echt auch viel ist und deiner war wirklich, habe ich so den Bilderbuch gehabt, nämlich Crash. Das heißt, normal ist es oft so, dass du nach dem Essen ansteigst, aber dann schnell zu deiner persönlichen Baseline, deiner einfach Startwert zurückkommst und dann fühlst du dich jetzt auch nicht total erschöpft danach. Aber Stichwort Foodkoma, jeder hatte wahrscheinlich so was schon mal, manchmal isst man das Falsche, trinkt man das Falsche wie so eine Schorle und dann geht es unter diesen Wert. Das heißt, es ist so viel Insulin ausgeschüttet worden, dass es eigentlich zu viel von der Glucose verräumt hat. Das war für mich nochmal so super spannend, weil natürlich denkt man so, oh wie dumm, warum hast du das gemacht? Aber irgendwie auch so, ah, genau so sieht dein Spike aus und fühlt es sich an, weil danach fühlte ich mich ganz schlecht, war total so shaky und irgendwie wollte natürlich sofort was essen danach. Und das war nochmal so ein Mechanismus, wir nennen das so diese Blutzucker-Achterbahn. Das passiert vielen Leuten, ohne es zu wissen, schon beim Frühstück und wenn du, sag ich mal, mit einem Frühstück schlecht in den Tag startest oder wenn du nicht frühstückst mit deiner ersten Mahlzeit, dann hast du eigentlich schon ein großes Problem, weil dann bist du ganz schnell, ich esse, spikel, crashe wieder runter, esse es nochmal hinterher und so bewegst du dich dann durch den Tag. Und deswegen ist manchmal auch was Dummes zu tun, gar nicht so schlecht, um dann halt zu verstehen, was man irgendwie ändern kann. Total. Ich habe jetzt gerade auch nebenher geschaut, weil mein erstes Buch, da hatte ich tatsächlich auch so eine Grafik zu diesem Zucker-Crash, das eben damals mir schon bewusst war. Deswegen faste ich auch immer gerne und deswegen hatte ich auch nur einen Kaffee heute Morgen, weil natürlich, wenn ich jetzt mit dir spreche, möchte ich absolut mentale Superpower haben. Sehr gut. Und ich kenne mich und es kann tatsächlich auch passieren, wenn ich sogar proteinreich frühstücke, dass ich das Gefühl habe, so ich bin dann nicht komplett mental da, so leicht vernebelt, Brain Fog, wie die Amerikaner sagen. Brain Fog, ja. Und das werde ich jetzt auch nochmal testen, weil normalerweise würde ich das denken, wenn ich zwei Eier esse und vielleicht ein bisschen Schinken und ein Avocado, da sollte eigentlich mein Blutzucker nicht wirklich reagieren. aber ich bin mir nicht ganz sicher und das verändert sich ja auch. Also das ist ja auch sowas, was ich den Leuten immer sage, so es kann sein, dass du ein Lebensmittel in einer Lebensphase überhaupt nicht gut verträgst und dann auf einmal aber in einer anderen sehr gut. Total. Also ich meine, da könnte man, vielleicht machen wir das gleich nochmal auch, so Frauen und Männer sehr gut separat betrachten. Das ist natürlich auch ein großes Thema, aber ich finde, da war gerade nochmal sehr viel drin, was du gesagt hast, weil ich glaube vielleicht für die Leute, die sich zuerst mal mit Blutzucker beschäftigen, ist ja, wir haben jetzt schon so ein paar Beispiele, wir haben ja auch das beide schon so ein bisschen mal überkennengelernt. Oft ist für viele so der, der offensichtlichste Use Case, der offensichtlichste Grund ist zu machen, Personalisierung von Ernährung, auch mit dem Ziel von Gewichtsmanagement. Aber es ist eigentlich ein super bunter Blumenstrauß, mit welcher Wunsch man reingehen kann, weil du hast jetzt das Thema Brain Fog erwähnt, da suche ich übrigens immer noch ein deutsches Wort für, damit man nicht immer nur englische Worte um sich schmeißt. Hirnvernebelung, glaube ich. Ja, aber schrecklich, oder? Genau, also für dieses Symptom der Hirnvernebelung ist es auch total spannend, was zum Beispiel viele Leute, die viel am Computer arbeiten, merken nach dem Mittagessen, was habe ich eigentlich, oder auch die, sag ich mal, das Frühstück eigentlich gut machen, ich sage, trinken Smoothie, denken viele perfekt und dann ist der Vormittag aber eigentlich auch schon gelaufen. Das heißt, man kann über Energiekonzentration irgendwie als Interessenspunkt kommen, man kann aber auch über das Thema Schlaf kommen, wenn man zum Beispiel abends immer sehr, ich will jetzt nicht sagen, falsch ist, aber optimierungsbedürftig, vielleicht von der Uhrzeit oder der Reihenfolge etc. Also man hat nicht nur diesen offensichtlichen Fall, so mein Gewicht interessiert mich und ich will mich auch vielleicht besser fühlen, sondern ich will auch eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit haben, Energie und natürlich auch, und das ist so das Thema, bei dem Thema Frauen, wo wir sehr, sehr stark uns das gerade anschauen, weil man da noch viel zu wenig weiß, ist zum Beispiel auch diese ganzen Symptome entlang des Zyklus, die auch sehr mit der Ernährung und dem Lebensziel zusammenhängen, auch über diese Achse der Blutzuckerstabilisierung, zum Beispiel, das sogenannte PMS, präventuelle Syndrom, wo viele Frauen darunter leiden, auch da, denken wir, kann man das sehr gut durch eben diese Musteraufdeckung und Glucosestabilisierung verbessern. Also wie du siehst, ein ganz schön weites Feld. Also total, also ich sehe auch bei eurer Webseite helloinsight.com übrigens, findet ihr verschiedene auch Bereiche, die mit dem Blutzucker zusammenhängen, fand ich es total spannend übrigens, weil wirklich, da siehst du eigentlich die komplette Bandbreite, eben von Fertility, mentale Leistungsfähigkeit, physische Leistungsfähigkeit, Leitstimmung, alles. Und in kurzen Abschnitte, das fand ich ganz interessant. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil jemand, der jetzt bisher zugehört hat, der hat vielleicht verstanden, dass ein starker Blutzuckeranstieg und ein Abfall nicht so positiv ist. Bevor ich da dich aber die nächste Frage stelle, ganz kurz, wenn du jetzt zuhörst und schon mal ein Experiment gemacht hast, dann hier die Einladung. Also am besten einen Screenshot machen, einfach am Handy, wenn du jetzt zuhörst, den auf den sozialen Medien teilen. Das haben wir immer ganz gern, weil dann wissen wir, die Sachen sind wertvoll, die wir hier machen. Und dann einfach die Anne taggen, Hello Inside taggen, Flowgrade taggen und uns gleichzeitig berichten, hey, hast du schon mal den Blutzucker gemessen und hast du was herausgefunden? Also, dass wir das vielleicht zusammen mal machen, weil es ist so spannend, hier so eine, eigentlich so eine Echtzeitstudie mit wahnsinnig vielen Leuten zu machen, die vielleicht was Unterschiedliches herausgefunden haben und da vielleicht mal Trends zu erkennen. Oder halt auch, was ist eure Erkenntnis, so Aha-Moment gewesen, was war eure Rhabarberschorle? Also ich glaube, das ist auch immer total spannend. Genau. Zu verstehen, wo dachtet ihr, okay, ich trinke ja eigentlich was Gesundes, ich mache ja eigentlich was, was mir gut tut und dann vielleicht mal war es so, das war irgendwie echt überraschend. Da habe ich noch eine Anekdote, mein Kollege hatte, dass er morgens immer so einen Anstieg, so einen Spike hatte, so direkt nach dem Aufstehen, aber so wirklich direkt, jetzt nicht nachdem er Sport gemacht hat oder so und es stellte sich raus, es war sein Alarmton also vom Wecker, weil es so ein, er hat ihn so gestresst, dass er halt morgens erst mal so mit Stress aufgestanden ist und das sind natürlich kleine Sachen, die kann man super vermeiden, weil das ist natürlich auch so ein Blutzuckerspike, ist halt auch ein Stressor für den Körper und das war so sowas, wo ich auch gedacht habe, okay, man kann wirklich überall kleine Sachen entdecken und auch verbessern, richtig cool. Wahnsinn. Ja, also das finde ich auch immer wieder spannend, weil man weiß, so, das stresst einen, aber das ist dann tatsächlich den Blutzucker, also das hat man erst mal gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt noch mal, was du ganz am Anfang gesagt hast zurück, Anne, und zwar du hast gesagt, das ist das Preferred Fuel, so wie ich mich erinnere und dann würde man intuitiv vielleicht denken, okay, warte mal, aber dann ist doch mehr Blutzucker, also höherer Blutzucker, mehr Fuel, ist ja, klingt ja erst mal so positiv, aber so ist es ja nicht, sondern wir brauchen eine Blutzuckerreaktion, aber ab wann ist denn die Blutzuckerreaktion abträglich, negativ? Ja, super, dass du noch mal so ein bisschen dieser Flughöhe schaffst, weil das ist eigentlich eine Frage, die ich gerne noch genauer beantworten würde, ich kann dir berichten, was ich dazu weiß und was man halt gerade, und zwar, weil wir uns als gesunde Menschen als Nutzerinnen jetzt anschauen, wo wir noch sehr viel dazulernen. Also erstmal kann man sich merken, man versucht ein möglichst stabiles Blutzuckerlevel über den Tag zu haben, jede und jeder von uns startet mit einer unterschiedlichen Baseline, das heißt, wenn du aufwachst und ich aufwache, haben wir einfach einen unterschiedlichen Wert und das können wir über zwei, drei Tage mal anschauen, aber das müsste ungefähr ähnlich sein, wenn man jetzt nicht plötzlich mitten in der Nacht noch einen Snack gegessen hat, sondern, sag ich mal, eine gewisse Routine hat. So, das heißt erstmal Glucose-Stabilisierung rund um deine Baseline und dann möglichst niedrig und bei dem möglichst niedrig, das klingt leider so mega unspezifisch. Wir wissen, dass es gut ist, einen recht niedrigen Wert zu haben. Ich würde mal so sagen, zur Baseline zwischen 80 und 90 wäre schon ziemlich gut. Das ist aber wirklich auch was, da gibt es verschiedene Typen einfach von Genetia-Prädisposition, das heißt, da würde ich mich jetzt gar nicht so aus der Ruhe bringen lassen. Was aber schon der Punkt ist, ist es eigentlich, wir nennen das so Healthy Range, die gesunde Bandbreite. Bei uns in der Hello-Insight-App haben wir das auf 80 bis 110 gesetzt. Das heißt, du versuchst selbst mit Ernährung, also selbst mit Mahlzeiten dazwischen, nicht jetzt auf einmal zwischendurch auf 160 zu steigen und runter, sondern versuchst eigentlich in dieser Range wie so kleine Wellen zu bleiben und halt nicht so diesen, die Achterbahn da zu haben. Also möglichst niedrig und stabil. Also auch nach einer Mahlzeit so unter diesem 110 Wert. Genau, also 110 ist streng, das wissen wir auch, aber es ist auch so ein bisschen besser ambitionierter drauf zu schauen. Man kann auch sagen, okay, wir wollen uns angucken, wie stark nach einem Mittagessen steigt es an oder nach einem Abendessen. Und wenn du dann, man misst Blutzucker jetzt in Deutschland und Europa meistens in Milligramm pro Deziliter, wenn es um 40 bis 60 dieser Einheiten ansteigt und dann aber halt innerhalb von zwei Stunden auch wieder zurück auf die Baseline, auf deinen Ausgangswert, das ist auch nochmal, was gut ist, was zeigt dein Metabolismus, dein Stoffwechsel, kann die Glucose gut wegpacken, weil das passiert ja letztlich, es kommt Glucose in den Körper, zum Beispiel Kohlenhydrate werden aufgenommen, es kommt über den Verdauungstrakt, es kommt in unsere Blutzellen, Insulin wird freigesetzt und hilft, die Zellen aufzuschließen, da wird die Glucose verpackt und so kommt es dann halt in den Körper und wird weiter, ja, weiter, noch runtergebrochen und kommt letztlich zu unseren Mitochondrien, unseren Energiekraftwerken im Körper. Und das alles passiert ja dann in der Mahlzeit und das ist ja auch ein physiologischer, gesunder Prozess. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt keine Kohlenhydrate essen soll, das sind ja auch wichtige Bausteine für unseren Körper, aber es ist natürlich schon ein Zeichen, ob du jetzt vier Stunden brauchst, um wieder zu deiner Baseline zu kommen, weil du dich so überladen hast mit Kohlenhydraten oder vielleicht auch so, das nennen wir Insulinresistenz, das heißt, wenn dein Körper hat schon eine gewisse Resistenz einfach aufgebaut, weil er immer wieder regelmäßig ganz viel Glucose kriegt, dann ganz viel Insulin freigesetzt wird und er sagt, puh, brauche ich gar nicht, ich habe eigentlich genug Glucose und mache dann so einen Blocker und dann hast du aber diesen Insulinüberschuss und das ist was, was nennen wir Insulinresistenz und das ist das, was es so gefährlich macht über die Zeit und was ganz viele Menschen nicht wissen, dass sie es haben, weil es auch gar nicht erfasst wird so richtig, aber das ist genau der Schlüssel, der dann zu Erkrankungen wie einem Diabetes führt langfristig oder auch weiteren Erkrankungen, die damit im Zusammenhang stehen. Also weil keine kein Insulin mehr ausgeschüttet wird. Genau, also erstmal wird es resistent, das heißt die Zellen regieren nicht mehr so gut da drauf auf Insulin und gehen nicht mehr auf und die Glucose wird nicht hingepackt und floated dann durch unseren Körper und das ist natürlich auch ein Stressor und es ist natürlich auch Insulin blockiert auch nochmal unsere Zellen dahingehend, dass dann eben kein Fett verbrannt wird. Das ist auch dieser Schlüssel zum Gewichtsmanagement, denn eigentlich wollen wir ja sonst, wenn wir keine Glucose zu uns nehmen, dann auch auf unsere Fettspeicher zu gehen, aber durch diesen Block dann und diese Insulinresistenz klappt das nicht mehr so gut und da ist man oft in so einem Teufelskreis und das klingt jetzt irgendwie so total dramatisch, um nochmal den quasi Switch zu machen, was kann man denn tun, ist es natürlich erstmal dieses deck deine Muster auf, versuch deine Baseline schon nicht über 100 morgens zu haben, weil das haben viele, die messen zum ersten Mal, merken so hoch, der ist aber schon ganz schön hoch morgens und dann kann man halt was, das hatte ich glaube ich ganz am Anfang zu dir gesagt, du bist ja metabolisch flexibel, du bist jemand, der schon recht metabolisch gesund ist, du kannst... Also ich faste zum Beispiel sehr viel, auch internetierend eben, fast jeden, ich würde sagen, drei, vier Mal die Woche, ja das ist halt genau... und esst die erste Mahlzeit erst nachmittags. Und hast dann ein großes Fasten, hier nicht Window, Fastenfenster, Fasting Window, das ist natürlich genau diese Zeit, wo dieser Switch passiert, wo dein Körper, weil natürlich kommen wir ohne Glucose und ohne Kohlenhydrate eine Zeit aus, es ist einfach nur unser Körper ist faul, geben wir es rein, nimmt er das, geben wir es nicht rein, muss er halt an die anderen, ja, Fuels, an die anderen Energielieferanten ran und das ist zum Beispiel, kann man eigentlich für sich testen, bin ich so metabolisch flexibel wie der Max oder nicht? Da kann man halt mal versuchen, so eine Fastenzeit zu machen, auch vielleicht mehr über den Tag mal, schaffe ich es auch, fünf Stunden nichts zu essen, ohne hangry zu sein, ohne mich total unruhig zu fühlen und vielleicht so ein bisschen schwindelig oder wie man es manchmal so hat, wenn man das Gefühl hat, okay, ich brauche jetzt was zu essen. Für viele Leute ist es unvorstellbar zum Start, wenn sie sich das erste Mal anschauen, weil sie so die Mahlzeiten zu haben und immer diesen Blutzuckerreiz zu setzen und metabolische Flexibilität ist gleichzeitig was, was man total cool lernen kann. Klar, Fasten ist ein Hebel, ich finde, das ist immer schon so Pro-Level und auch nicht für jeden Körper was und auch nicht für jedes Geschlecht oder jede Lebensphase, aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie man Mahlzeiten teilt, was man als letzte Mahlzeit isst, um auch da schon wirklich seine Baseline gut einzustellen und da einen guten Glykosewert zu haben. Anne, da habe ich gleich eine Zwischenfrage noch, und zwar, wenn Leute genau dieses hangry Gefühl haben und auch diesen unter Umständen Spindel, hängt es dann oft auch zusammen mit einem Unterzucker? Ja, also da hatte ich jetzt wirklich das selber nochmal krass erlebt, als ich halt, wie gesagt, diese Schorle hatte und da so runtergecrashed bin, da habe ich so richtig gemerkt, so alle Symptome, die ich gerade beschrieben habe, weil ich finde, manchmal klingt das immer so ein bisschen abstrakt und übertrieben, aber da konnte ich auch sehen, da war mein Blutzucker echt deutlich gefallen, ich glaube schon deutlich unter 80, da ging es immer weiter runter, 70 und also so niedrig bin ich nie. Manche Leute sind oft mal so niedrig und das ist auch per se, alles, was so bis 50 geht, würde ich sagen, wenn man jetzt nicht Diabetiker oder Diabetikerin ist, kann man auch, das ist einfach sehr individuell, aber für mich war das so niedrig und genau das kann man halt dann auch mal sehen. Ich meine, in dem Sinne, da hätte ich fast kein Blutzuckermesser gebraucht, zu merken, dass es irgendwie eine Unterzuckerung ist, aber das ist immer dieses mit der Achterbahn, ich finde, das kann man sich so eindrücklich vorstellen, du steigst total hoch und dann fällst du durch das Insulin, durch diese Ausschüttung, weil die Glucose so viel weggepackt wird, so schnell irgendwo hin, fällst du aber so tief, dass es zu tief ist und dann sagt dein Körper, ah, jetzt brauche ich hier doch wieder was, Hilfe und dann fährst du wieder hoch zum nächsten Kurve und das ist tatsächlich was, was leider unbewusst vielen passiert. Ich kenne da eine ganz coole Studie aus den USA, ich habe es nur gelesen, aber ich denke, das ist auch nochmal ein höheres Level als bei uns, aber da wird postuliert, 80 bis 88 Prozent der Menschen haben Blutzuckerspitzen im Tagesverlauf, ohne es zu merken. Das ist unglaublich viel. Also es ist wirklich so der Elefant im Raum irgendwie, den keiner aber sich anschaut. Ja, also Wahnsinn. Ich finde es auch echt spannend, besonders, weil eben so viel dranhängt. Also wir haben auch gerade schon gesprochen, viele wachen auf und haben ein Level über 100 und ich habe auch in letzter Zeit ja sehr, sehr viel zum Thema Schlaf gemacht, auch aus dem Grund, weil ich lange Zeit sehr schlecht geschlafen habe und auch sehr wenig mir jetzt nach, also damals hatte ich es leider nicht gemessen oder nicht messen können, weil es eben noch kein Hello Insect gab als Sportler und habe aber Entzündungen im Körper gehabt und habe einfach extreme auch Stimmungsschwankungen gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass dieser chronische Schlafmangel, den ich damals hatte und den ich auch nicht als besonders beachtenswert erst mal, ich habe gedacht, ich bin jung, ich bin fit, ich kann das gut wegstecken, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch aufgewacht bin mit einem hohen Blutzuckerspiegel und es gibt ja da eben auch einen Zusammenhang, da wollte ich nochmal nachfragen, ob du da Bescheid weißt, ob das, also wenn du wenig schläfst oder vielleicht auch gestresst ins Bett gehst, ob dann der Blutzucker morgens erhöht ist oder ob es dann, wenn du abends einen hohen Blutzucker hast, das dann schon dazu führt, dass du schlecht schläfst und dann auch hoch aufwachst. Ja, ich glaube, das kann man nicht so genau sagen, was jetzt dann so ein Henne-Ei-Problem, also macht der Schlaf den Blutzucker oder ist es eigentlich, du schläfst schon schlecht, wenn du, ne, vielleicht dann auch, was ja oft mit Stress im Zusammenhang steht, ist vielleicht nicht so eine Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten generell, auch im Tagesverlauf, sicherlich vielleicht nicht so eine Struktur, man hat natürlich per se das höhere Cortisol-Level und vielleicht ist das auch nochmal eine gute Krücke oder ein gutes Bild. Warum ist es so unser Preferred Fuel, die Glucose und warum, wenn der Wecker klingelt, geht es hoch? Es ist ja alles, was uns hilft, diese Fight-and-Flight für Spons zu machen, sondern von der Physiologie schnelle Energie zur Verfügung gestellt, genauso wie wenn wir irgendwie uns jetzt bewegen, da glät der Blutzucker auch hoch, weil Energie wird benötigt von den Muskeln und Stress halt genauso, wenn du natürlich immer auf so einem Tonus bist, ist das auch nochmal was, der Blutzucker zeigt das unmittelbar, also ich hatte auch teilweise schon das ausprobiert, wenn du Vorträge machst oder weiß nicht, ich gucke es mir auch nachher an, wenn ich jetzt hier saß, was macht mein Blutzucker, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, ich meine, es gibt Eustress und Distress, es ist ja auch irgendeine gut, wie du so fokussieren willst, durch irgendwie nichts zu essen und keinen Brain-Fuck zu haben, hilft ja auch uns jetzt irgendwie unsere Energie im Körper fokussiert zu sein in unserem Gespräch, aber wenn es natürlich über eine kontinuierliche Zeit ist, wie du es auch beschrieben hast und du wirklich schon mit so einem Wert startest, dann ist es vielleicht auch nachts wirklich nicht so, dass diese ganzen Säuberungsprozesse, Erneuerungsprozesse gut funktionieren, deine Leber vielleicht auch irgendwie überladen ist, all das ist natürlich dann wirklich so wie so ein Teufelskreis und was natürlich auch noch dazu führt, das wissen wir halt schon auf Schlafmangel, das sagt ja auch unser Freund Lutz Graubann immer so gerne, Schlaf und Regeneration ist eigentlich so das A und O, weil sonst hast du natürlich so den, er nennt es so, wie hat er es schön gesagt, den schnellen Lustgewinn hast du dann am nächsten Tag, jetzt muss ich mich auch belohnen, schlecht geschlafen, jetzt hier ein Snack und jetzt brauche ich aber irgendwie Energie, weil ich bin ja so übermüdet und dann bist du natürlich in so einer Verkettung von verschiedenen Dingen und dann ist es natürlich kein Wunder, dass das Glucose Level gar nicht mehr sich erholen kann, indem es mal eine Zeit hat, nachts, selbst nachts ist ja wie ein Fastenfenster, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt dann auch noch den ganzen halben Tag da dranhängen, aber wenn man schon mal versucht, irgendwie acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden mal in den Körper nichts reinzuschütten, ist das auch schon eine Möglichkeit, ihm so ein bisschen Pause zu geben und natürlich, je kürzer das Schlaffenster ist, desto eher sind die Mahlzeiten rangerückt. Ja, echt spannend. Also das möchte ich auch übrigens für mich so ein bisschen beobachten, wie das mit dem Schlaf zusammenhängt. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wenn du das Handy mit ins Bett nimmst, also ob da ein Unterschied ist oder ein Buch. Ja, das ist auch entspannt. Ja, diese ganzen, sag ich mal, so Lifestyle-Experimente, weil die naheliegendsten, die man erstmal macht, glaube ich, wenn es zuerst mal ist, so guckt sich alles an mit Ernährung, aber gerade in dieser Connection, das ist ja so ein bisschen, das sind so ein bisschen diese Säulen von der Lebensdemedizin, unsere Ernährung, Bewegung, Schlaf, Beziehungen, soziale Beziehungen, die wir haben, Alkohol und Nikotin und sonstige Noxen. All diese Sachen sind ja so interdependent, dass es gerade hier die Kunst ist zu verstehen, was mache ich denn in meinen Alltagsgewohnheiten, dann mache ich das, dann passiert das und wie reagiere ich mit meinem Körper da drauf. Also ich bin sehr gespannt, Max, auf deine nächsten zwei Wochen. Ich auch und jetzt möchte ich auch ein bisschen noch mehr auf dein Projekt eingehen, weil ich finde das super spannend. Ich möchte auch den Leuten das ein bisschen näher bringen und natürlich dann auch die Einladung aussprechen, das dann eben auszuprobieren, weil es eben jetzt auch möglich ist. Es gibt ja schon einige Projekte in dem Bereich, allerdings sehr wenige im deutschsprachigen Raum, die entstanden sind. Das beklatsche ich sehr, dass es letztendlich auch jemanden gibt. Du bist Co-Gründerin und Chief Medical Officer von Hello Insight. Und vielleicht noch mal kurz zur Entstehungsgeschichte, weil soweit ich das verstanden habe, eben basiert ist auf einer Studie, die 2015 rauskam, die gezeigt hat, dass der Blutzucker zusammenhängt mit der Ernährung und dass es ein super Weg ist, um die Ernährung zu personalisieren, also persönlich zu gestalten und rauszufinden, sowas für dich funktioniert, weil eben zum Beispiel bei Person A führen Kartoffeln zu einem Blutzuckerspike, bei einem Person B nicht. und vielleicht noch mal aus deiner Sicht, kannst du dich noch erinnern, was so deine erste Berührung mit dem Thema war und vielleicht der Aha-Moment, wo du dachtest, das kann wirklich was werden, da müssen wir reingehen. Ja, das kam so ein bisschen von verschiedenen Perspektiven so zusammen, also zu meinem Hintergrund kurz. Ich bin eher Ärztin, habe aber auch noch so einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und habe deswegen eine Zeit lang in der Klinik gearbeitet, dann aber in verschiedenen Bereichen, ganz früh im Bereich Startup, aber dann eben auch eine Zeit lang für die Bundesnatei gesundheitliche Aufklärung, die zu unserem Ministerium für Gesundheit gehört und zwar im Bereich Diabetesprävention und da wurde mir natürlich erstmal das Thema so klar, was ist eigentlich los? Acht Millionen Deutsche haben Diabetes-Dunkelziffern, nochmal zwei Millionen, das ist unglaublich und wie erreichen wir diese Menschen und was ist da eigentlich passiert mit Diabetes als auch als Symbol für die anderen sogenannten NCDs, Non-Communicable Diseases, also nicht übertragbare Erkrankungen, diese ganzen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, unseres Metabolismus, Fettstoffwechsel, da habe ich erstmal so gemerkt, so wow, okay, Prävention sind, machen wir echt einen schlechten Job, also nicht nur in Deutschland, aber vor allem auch hier, wo wir über die Welt sind wir wirklich ordentlich schlecht aufgestellt und das war so ein bisschen wirklich so erstmal dieses Thema, das ist auch von der Politik kein beliebtes Thema, Diabetes und das ist auch so ein bisschen so ein Sprengstoff-Thema, weil du natürlich da auch ganz schwierig irgendwie die Hebel hast, aber das hat so mein Interesse und auch Überzeugung dafür gestärkt, dass Prävention einfach extrem wichtig ist und dass wir da ein bisschen Vor allem, vielleicht ganz kurz einmal, aber ich glaube, ich habe sogar die Zahl gelesen, elf Millionen Prä-Diabetiker, also sprich Leute, die noch keinen Diabetes haben, aber die es wohl bekommen werden. Genau, das ist ja auch nochmal so, das zeigt uns dann und vor allem noch eine Zunahme bei Kindern und Jugendlichen, also je mehr man sich damit beschäftigt, kriegt man wirklich Gänsehaut, weil es ist so ein gravierendes Public-Health-Problem, das war noch vor Pandemie, das ist jetzt halt nochmal schlimmer geworden, also deswegen war so für mich so dieses, okay, Prävention, das allein schon so ein Spägerbegriff, sexy ist das überhaupt nicht und Anreize am Menschen dann auch nicht. Und dann habe ich auch ein bisschen, ja, also ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie es im öffentlichen Raum gemacht wird, aber ich habe auch gemerkt, die Wirksamkeit, den Einzelnen, die Einzelne zu erreichen, ist sehr eingeschränkt, wenn du aus der Politik kommst, weil du arbeitest mit Kampagnen, du arbeitest mit Plakaten, aber das wissen wir beide, das ist jetzt nicht so ein Engagement, das ist jetzt nicht so, dass du ein Feedback kriegst und die Einzelpersonen irgendwie erreichst. Genau, und dann war ich eine Zeit lang halt im Digital Health Bereich unterwegs und habe dann über Kontakte meine Mitgründer kennengelernt und ich hatte halt mich in Ernährungsmedizin und auch Lebensstilmedizin weitergebildet, also so ärztliche Weiterbildungen sind das und habe da halt nochmal so diese Faszination gemerkt von den Säulen, die ich gerade beschrieben habe, wie das alles sehr zusammenhängt. Naja, und durch dieses Technologie und eben dieses Thematische zusammen mit meinen Mitgründern, wo dann ist dann eben diese Idee entstanden und dann, ich kannte CGM, also Continuous Glucos Monitoring, auch nicht, weil das lernt man nicht im Studium, das ist immer mehr jetzt ein Thema, heute noch im Handelsblatt besprochen worden, dass es auch für die Typ 2 Diabetiker eigentlich eine Kassenleistung flächendeckend werden sollte, weil es so einen Unterschied macht zu sich in den Fingerpieksen. Naja, und habe mich halt mit der Technologie mehr auseinandergesetzt und unter anderem das Buch und die Studie mir angeschaut, das ist auch einer unserer Berater, der Professor Eran Elinaf, der diese The Personalized Diet geschrieben hat. Und wenn man das liest, das ist auch, sage ich mal, keine Fachliteratur, das kann jede und jeder lesen, das macht es so eindrücklich. Du hast das Kartoffelbeispiel gebracht, er hat uns berichtet, das ist auch so eine Anekdote, die immer hängen bleibt, die Tomate. Er hatte so eine, es gab so eine, also er sitzt in Tel Aviv und das ist eine sehr bekannte Journalistin, die hatte jahrelang Probleme, ihr Gewicht zu stabilisieren, hat aber immer jeden Tag Salat gegessen und dachte halt so, warum klappt es irgendwie nicht? Und es stellte sich halt raus mit der Untersuchung, mit dem Messgerät, der Blutzucker, sie hat immer einen Spike gehabt auf Tomaten. Und das war so, so ne, diese, du denkst, das ist total kontraintuitiv, weil Tomate, Gemüse, gesund und so weiter. Aber für sie war das halt so dieses, und je mehr wir dann dazu gelesen haben, haben wir gesehen, okay, das ist ein wahnsinnig potenter Marker, der kann auch von Laien angewendet werden, man muss, du hast es selber gemacht, den Sensor anbringen, da gibt es jetzt gute Anleitungen, Videos zu, das tut nicht weh, es ist einfach, man muss sagen. Es tut überhaupt nicht weh, ich habe es wieder gemerkt, du hast dann kurz so den Impuls, da ist ja eine Nadel, ja, du spürst es gar nicht. Genau, und vielleicht noch wichtig, die Nadel bleibt ja auch nicht im Arm, sondern die geht ja auch wieder raus, ne, das ist, und viele denken so, oh Gott, aber man muss ja dieses kleine Filament, das Mist, einfach kurz mal unter die Haut bringen und genau, es tut eben nicht weh, es ist irgendwie machbar, es bleibt für zwei Wochen dran und es kann wunderbar mit Technologie kombiniert werden und muss auch, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein Learning, nur zu messen, wenn man nicht jetzt ein bisschen sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was sagen dir jetzt einzelne Messwerte, du möchtest es natürlich in den Kontext setzen, genau, und meine Gründer kommen halt auch sowohl aus so einem Head-Tech-Bereich, unser CTO, der andere war ganz lange bei Runtastic und hat sehr, sehr große Erfahrung im Bereich so Produkt und die baut man eigentlich gute Apps, die die Leute wirklich so mitreißen und wirklich dem die Inhalte vermitteln und unser vierter Mitgründer hat halt ein super Gefühl für Sprache, Ton of Voice, was brauchen wir eigentlich für eine Bildsprache, was müssen wir eigentlich, was wollen wir für eine Emotion auch übermitteln mit der Marke und mit unserem Hello Inside Produkt und so haben wir uns dann da dem Thema angenähert und so haben wir dann auch letztlich die App, wie sie jetzt halt eben, wie du beschrieben hast, wir sind ja gelauncht jetzt letzten Monat und sind eben auf dem Markt und das hat sich halt natürlich auch alles erst über die Zeit entwickelt zu verstehen, okay, was müssen die Leute machen können, wie du es eben beschrieben hast, du kannst ja Events loggen, das heißt, du kannst irgendwie ein Foto von deinem Essen machen direkt hochladen, Sport wird direkt entweder über eine Schnittstelle, wenn du eine Wearable hast, reingeladen oder du gibst es rein, Stress kannst du reingeben oder deine Schlafzeiten werden da dort aufgefasst, das heißt, du hast sehr einfach schon den Kontext von deiner Kurve und deinen Werten anstatt jetzt einfach nur hier, hier, herzlichen Glückwunsch, dein 98 Milligramm pro Deziliter, da weißt du ja auch in zwei Tagen nicht mehr, was war da eigentlich mit meinem Flat White und so hast du halt wie so ein kleines Journal, wo du das in Kontext setzen kannst und das ist sozusagen für uns so die Basisfunktion der App und dann die Experimente, wo du dann wirklich einfach zwei Experimente machen kannst und die Kurven werden übereinander gelegt und du kannst das für dich so explorieren und der dritte Baustein, weil wir einfach auch sehr daran glauben, dass Daten allein nicht hilft, sondern man will ja auch den eigenen Körper wieder besser verstehen lernen und Vertrauen ist dann auch nochmal eine Coaching-Section, wo wir wirklich so strukturierte Programme haben, das heißt, du durchläufst als Frau zum Beispiel das Vier-Wochen-Programm entlang deines Zyklus und findest da die Muster und hast dann auch noch edukative Inhalte dazu, um wirklich da begleitet zu werden. Ja, und so in diesen Komponenten lenken wir es eben, Daten und Analytik, das ist gepaart mit diesen Experimenten und diesem Echtzeit-Feedback und dann eben den Programmen dazu, wo wir, ja, es sieht eigentlich so aus wie so Instagram-Stories, wo du so durchswipen kannst durch den Content. Okay, ich stelle jetzt dir einfach noch so ein paar Fragen, zu denen ich teilweise schon die Antworten weiß, aber die vielleicht bei den Hörerinnen und Hörern aufkommen. Zum einen, ja, okay, man braucht den Messgerät, also wenn ich jetzt Hello Insight haben will, wenn ich es bestelle, muss ich mir den Sensor separat bestellen oder kann ich mir den über euch holen? Ja, genau, also das, wenn man auf Hello Insight.com geht und dann direkt auf den Shop, das ist quasi der erste Button, der kommt, da kippt man dann unser Hello Insight Look Insight Kit, da kommt dann alles zusammen. Das heißt, wir arbeiten in einem Vier-Wochen-Programm, wir arbeiten nicht in einem AVI-Modell, sondern haben halt wirklich dieses Programm, wie ich es gerade beschrieben habe, wo du das dann durchläufst, kriegst dann halt zwei Sensoren, das hatten wir zwar eben schon mal kurz im Nebensatz gesagt, so ein Sensor halt immer 14 Tage, dann muss der ausgetauscht werden, da genauso einfach wie man ihn anbringt, zieht man ihn einfach ab und dann kann man dann noch einen neuen anbringen, genau, aber das geht dann alles über die Homepage, da kommt dann alles zusammen. Genau, und früher war es eben so, dass man wirklich zum Labor laufen musste, dass man vielleicht sogar dort sich Sensoren anbringen lassen musste und dann beobachten musste, jetzt kannst du das von zu Hause aus machen. Früher hat das Hunderte, wenn nicht Tausende Euro gekostet, so eine Analyse zu fahren und auch so eine Studie zu machen heute, kostet das wesentlich weniger. Was ist denn der Preispunkt bei Hello Insight? Genau, also unser Look Insight Kostet 200 Euro. Wir haben so einen kleinen Code, den kann ich dir gleich noch durchgeben für deine Flow-Hörerinnen. Genau, also das ist der aktuelle. Habt ihr gehört, wir kriegen einen Code, Leute. Das heißt, jetzt gleich noch mal sich freuen, indem ihr einen Screenshot macht und den teilt und Hello Insight taggt. Genau. Das war super. Ist ein Premium-Produkt, ist aber auch ganz klar für vier Wochen, ja, so ein Sensor alleine, das kann man schon oft berichten, ist einfach so der Kostentreiber da drin und ja, da sind wir, glaube ich, relativ gut angesiedelt auf dem Markt gerade. Glaube ich auch, also ich weiß ja noch, ich habe ja Biotracker damals, das war ja eigentlich der Vorläufer von Flowgrade, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, aber ich war ja im Diagnostikbereich erst mal aktiv, das war ja die Idee so als Leistungssportler und genau, was du gerade angesprochen hast, ich habe damals das Problem erkannt, der Laborbericht, schwarz-weiß, keiner versteht irgendwas und ich wollte als Sportler einfach rausfinden, was bedeuten meine Werte und da kam dann die Idee auf, ich will das für mich erst mal rausfinden, aber wenn es für mich wertvoll ist, ist es auch für andere wertvoll und so hat eigentlich dann, also wir haben dann einen Testosteron-Test gehabt, einen Speicheltest, einen Vitamin D, das war das erste, dann Entzündungsmarker, HSCAP und Fettsäureprofil, das waren die Startprodukte und ich weiß noch, der Vitamin D-Test hat 50 Euro gekostet, das war nur ein Wert, also Diagnostik war einfach teurer und da kann man sich jetzt mal vorstellen, wenn also da ein paar Werte zusammenkamen, war das dann sehr teuer und das wurde jetzt billiger und deswegen denke ich, der Preispunkt von 200 Euro ist, wenn du dir überlegst, wofür man sonst Geld ausgibt und ich denke immer daran, früher als Student, wo meine Mitstudenten teilweise dann am Samstagabend mal so viel Geld ausgegeben haben, um sich, um feiern zu gehen und anstatt dessen findest du was raus über deinen Körper, was dir für Jahre helfen kann, deine Ernährung besser einzustellen, mehr über dich herauszufinden, dann ist das ein super Investment und ich denke mir immer besonders, also wenn es um langfristige Gesundheit, schmerzfrei bleiben, gesund bleiben, viel Energie haben, das ist ein super Investment und daher finde ich das super und wenn jemand jetzt sagt, so ah ja, okay, ich hätte da voll Lust, das rauszufinden, aber 200 Euro sind 200 Euro, dann denk mal drüber nach, wie sich das ausdehnen lässt, also wenn du das auf den Tag runterrechnest, ist das ein Euro pro Tag so, wie viel das dir helfen wird oder weniger und das ist begrenzend, das finde ich zum Beispiel auch cool, dass du sagst, du hast vier Wochen, das ist jetzt kein Abo, so du brauchst es nicht auch jeden Tag irgendwie dann die App verwenden, tracken, sondern du machst mal das Commitment, ich fahre jetzt ein Experiment, ich finde mehr über mich raus und nach vier Wochen kannst du dieses Wissen dann einfach mal ohne unter Umständen lange weiter zu tracken, verwenden, so sehe ich das. Total und wir haben ja in den Inhalten auch viele Hacks, Blutzucker-Hacks, die du einfach ausprobieren kannst, wie die nicht funktionieren und die kannst du ja ohne Sensor dann weiter und sollst du ja auch weiterverwenden, das ist ja gerade eigentlich das Coole, einmal ausprobieren und ich glaube, so funktionieren wir Menschen, wir lernen halt besser natürlich auch am eigenen Modell und wir lernen auch besser durch wirklich Erfahrung, wenn ich einmal geguckt habe, okay, die Reihenfolge meiner Ernährung macht total was aus, wenn ich die Kohlenhydrate nämlich am Ende esse, nach meinen Gemüse, Proteinen, Fetten, dann, dann kann ich meine Kohlenhydrate noch essen, aber halt nicht das Brot vorweg, sondern halt am Ende und das kannst du ja, da brauchst du ja nicht dein Leben lang dich tracken und da gibt es viele, viele Aha-Momente, wo man da halt dann sehr lange von zehren kann, wenn man sich ein bisschen einmal diese Muster angeschaut hat. Ja, total, ich meine, wir haben in den Vorgesprächen ja auch schon über die Glucose Goddess gesprochen, die da wahnsinnig viele Experimente gefahren hat und das kannst du für dich auch herausfinden. Ich fand zum Beispiel sehr spannend, was sie vor kurzem gepostet hat, dass wenn du einen Milchkaffee trinkst, einen höheren Blutzuckeranstieg hast, als wenn du ihn kombinierst mit Ballaststoffen. Ja, ich glaube, ich kann mich auch an den Poster erinnern, aber das ist genau, sie macht immer diese coolen Gegenüberstellung. Gutes Beispiel ist auch, also jeder versucht natürlich irgendwie viel gut zu machen und trotzdem sollen wir auch irgendwie leben und wenn du was Süßes essen willst, ein Snack, ein Dessert, dann ist es direkt nach deiner Hauptmahlzeit, nachdem du was Ballaststoffreiches, Fettproteinreiches gegessen hast, dann ist es ein viel geringerer Blutzuckerreiz für den Körper, weil einfach das direkt danach kommt, als statt jetzt zwei Stunden später nochmal und dann halt es wieder in so einen Spike geht. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man sieht es einfach und das ist genau so ein Experiment, das du dann halt machen kannst. Dann siehst du deine Kurven dazu und siehst du, ah ja, auch in meinem Körper funktioniert das genauso. Ja, das finde ich auch total, total spannend. Eben, wie gesagt, also es gibt dann vielleicht Phasen. Ich denke mal, vielleicht hast du da auch noch ein paar Einblicke dazu, weil ich könnte mir vorstellen, dass ein Leistungssportler andere Reaktionen hat und derselbe Person, wenn sie eben in der Leistungsphase ist, in der Hochsaison, als wenn sie in der, sag mal mal, Sommerpause steckt und dann vielleicht auch andere Lebendmittel braucht und so. Und das finde ich auch total wertvoll, dass man da für sich dann zum Beispiel ein Experiment fahren kann, wo er in der, in der Vor-, also wo du wirklich viel trainierst und dann wo du eben vielleicht Pause machst. Klar, also das auf jeden Fall, wenn du natürlich auch, da merkst du ja zum Beispiel, wenn du morgens auch ein Workout machst und vorher nichts gegessen hast, dass das natürlich auch, was macht, hilft. Also per se ist erstmal auch nochmal ein Sport, steigt der Blutzucker erstmal an, weil man einfach diese Energie freisetzt. Aber meistens spiked er dann auch nicht bis ins Gigantische. Aber viele Leute sind erstmal so, huch, oh Gott, ich will doch meine Kurve stabil halten. Da muss man sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil wir einfach wissen, diese ganzen kardiovaskulären Effekte von Sport sind da viel wichtiger. Und natürlich macht das halt was, wenn du morgens dich bewegt hast oder welche Art von Bewegung du gemacht hast über den ganzen Tag, weil du natürlich dann auch, je nachdem, wie intensiv du dein Workout machst, schon an die Speicher gegangen bist, weil du ja gar keine Glucose gerade schnell verfügbar hattest. Das macht sicherlich was. Oder halt auch ein mega cooles Beispiel, finde ich, ist eben der weibliche Zyklus, wo wir wissen, oh, Östrogen, unser Östrogen steigt ja an, zum Beispiel im Bereich des Eisprungs, macht auch was mit unserer Insulinsensitivität. Wir hatten ja eben über die Insulinresistenz gesprochen, das ist quasi der Gegenspieler. Das heißt, auch da kannst du als Frau auf einmal verstehen, okay, mein Körper hat ja eine Dynamik entlang des Zyklus und da kann ich dann auch oder muss ich auch, wenn ich mich gleich fühlen will, unterschiedlich reinfüttern, mich unterschiedlich bewegen. Und all das kann man dann irgendwie super schön begleiten, weil man halt wirklich diese kontinuierliche Messung hat. Wenn jetzt jemand, du hast schon gesagt, er bietet ja auch Coaching an, aber wenn jetzt jemand vielleicht total sich erschreckt, wenn er anfängt, seinen Putzucker zu messen und der ist extrem hoch, so muss man sich Sorgen machen. Sollte man gleich zum Arztrennen gecoacht werden oder kann man erst mal beobachten und schauen, ob man es schafft, es wieder einzupendeln? Genau, also ich würde, das hängt natürlich sehr vom Wert ab. Da will ich jetzt gar keine harten Empfehlungen geben. Ich empfehle es einfach schon mal, ist vielleicht auch nochmal wichtig, der erste Tag, den man misst, ist von der Datenbasis ein bisschen unsauber. Das liegt einfach am Sensor, der muss sich kalibrieren, das ist ein super komplexes Medizinprodukt. Den ersten Tag würde ich nie überbewerten. Aber wenn du natürlich zwei, drei Tage und immer morgens mehr hast, ich bin deutlich, deutlich über 100 und kriege eigentlich gar nicht mal so eine gewisse Baseline runter, dann würde ich A, natürlich, und das machen die Leute auch, sich bei uns melden und dann würden wir aber auch dann natürlich eine Vorstellung empfehlen beim ärztlichen Bereich. Also das ist sicherlich was, wo man dann einfach sich auch schnell beruhigen kann, wenn man einfach eine Blutabnahme macht und dann wirklich nochmal im Blut diesen Wert anschaut, also einmal einfach den Zuckerwert und vielleicht auch den Langzeitblutzucker, von dem wir gesprochen haben. Hast du noch eine Meinung zu, weil ich habe ja auch gerade das Buch, das neue Buch von der Julia Tulipan hier zum Thema Keto, wir haben ja viel zum Thema Keto gemacht, wie sich Keto, ob das eine gute Maßnahme ist, um den Blutzucker zu managen, weil es gibt da unterschiedliche Daten und auch Erfahrungen, wenn du zum Beispiel schon gestresst bist, dass Keto vielleicht nicht unbedingt die beste Ernährungsweise ist, um den Körper noch mehr zu stressen. Ja, also ich finde, hast du deine Meinung dazu? Ja, ich habe da auf jeden Fall eine Meinung zu und bin da auch eher zurückhaltend, was jegliche Art von Trend und Extremdiäten angeht, weil ich finde, gerade wenn wir sagen, Personalisierung ist der Key, dann sollten wir da ein bisschen zurückhaltender sein, per se von der Theorie kann man sich natürlich vorstellen, Keto und niedriger Glucosespiegel geht ganz gut zusammen, es ist aber auch immer die Frage, wie lebt man das? Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, nur fettreich zu essen und dann eine stabile Kurve zu haben. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, ist jetzt der Blutzuckerwert eine gute Messung, um die Wirksamkeit von Keto zu messen? Dann müsste man dann vielleicht noch Ketonkörper etc. Ich glaube, es ist generell interessant, sich einfach damit auseinanderzusetzen, zu gucken, wie funktioniert das und was kann ich vielleicht ersetzen oder ändern, wenn ich sage, ich möchte ein bisschen Kohlenhydrat-sensisibler sein und da irgendwie das vielleicht mein Frühstück ändern. Wenn ich da morgens, du hast ja deins beschrieben, das klang ja schon so ein bisschen in die Richtung Keto auch. Das wäre ein Keto-Frühstück definitiv. Übrigens für alle, wenn Keto noch kein Begriff ist, ist es eine sehr kohlenhydratarme Ernährungsweise, wo man wirklich nur maximal eigentlich 10 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, das ist sehr wenig, das ist vielleicht ein Apfel und ein Müsli-Riegel zu sich nimmt und nicht mehr und dadurch entstehen sogenannte, aus Fettsäuren sogenannte Ketonkörper, eigentlich als Nebenprodukte, die auch als Energiequelle verwendet werden können und das wird ganz gern eingesetzt, um schnell Gewicht zu verlieren, allerdings da ist oft auch Wassergewicht dabei, dass man sehr schnell verliert und man hat eben aber auch durch das Fasten, durch den niedrigen Blutzucker oft diese mentale Klarheit, die oft damit einhergeht. Deswegen wurde es dann zeitweise zur Trendernährung. Allerdings, was ich auch für mich gemerkt habe, mein Erfahrungsbereich ist, es funktioniert immer für eine gewisse Zeit, aber dann irgendwann fühlt es sich nicht mehr gut an und ich muss dann immer nach maximal zwei Wochen eigentlich wieder Kohlenhydrate zu mir nehmen. Da passt eine leckere Pasta. Ganz ehrlich, Pasta übrigens, ich habe es wieder erkannt für mich, ich schlafe besser, wenn ich früh am Abend, also ein frühes Abendessen nochmal Pasta esse eigentlich und das habe ich jetzt auch nochmal in einem Podcast auch gehört von dem Huberman, dem Stanford-Professor, der meinte, Pasta am Abend fördert den Serotonin-Spiegel. Ja, das ist spannend. Ja, und da ist dann irgendwie, du sagst früh am Abend, nicht jetzt eine Stunde vor dem Abend, das ist vielleicht auch nochmal was und deswegen bin ich so, nochmal um deine Frage auch zu beantworten, mit Käthe so zurückhaltend, weil es kann funktionieren und funktioniert für viele Menschen und vielen hilft einfach, es Regeln zu haben. Aber so mein Wunsch wäre eigentlich, dass man rausfindet, dass man ein recht, ja, ausgewogene, bunte, vielfältige Ernährung ohne viele Verbote haben kann und trotzdem sich gesund verhält und deswegen finde ich, gibt es auch andere Möglichkeiten, dass das irgendwie, ja, seine Ziele zu erreichen, die ja für manche Gewicht sind, für manche ist es das Wohlfühlen im Körper, aber ich glaube, da muss man einfach auch nicht so streng zu sich sein, sondern eher so gucken, okay, wie finde ich das raus? Erstmal rausfinden, was mache ich so, was könnte ich nochmal besser machen und dann kann man immer weiter optimieren. Super gut. Hanna, ich glaube, wir haben den Leuten jetzt schon mal das näher gebracht und hier gleich nochmal die Einladung, also schaut gerne mal vorbei auf Hello Insight beziehungsweise bleibt dran für den Nachspann, weil dann teilen wir auch nochmal den Code von dir, das heißt genau, bis zum Ende anhören und dann auf helloinsight.com und da findet ihr mehr über das Produkt und dann könnt ihr das nämlich auch für euch einfach mal selber testen, ausprobieren, ein Experiment fahren, wie gesagt, über vier Wochen und wahnsinnig viel wertvolle Info finden, um mentalleistungsfähiger zu werden, physisch leistungsfähiger, eure Stimmung besser zu managen zwischen, also mehr oder weniger emotional intelligenter zu werden, Fruchtbarkeit zu beobachten und sprich, wenn Frauen zuhören, die vielleicht in nächster Zeit fruchtbar sein wollen, um schwanger zu werden, gleichzeitig da nochmal Rückschlüsse zu ziehen, also es sind wahnsinnig viel spannende Sachen drin. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, gerne. Und zwar zum einen, wenn jemand mehr jetzt rausfinden will über die Dr. Anne Latz, da gibt es schon tolle Interviews, unter anderem im Handelsblatt habe ich auch eins gefunden, ja. Und die Frau hat einiges auf dem Kasten. Also ich finde, dadurch, dass du so nahbar bist, also ich kann mir vorstellen, wir hätten zusammen studiert so ungefähr und man redet und dann schaut man deinen Lebenslauf an und es ist Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast und Initiativen, die du befeuert hast und auch wenn es um, ich glaube, Female Entrepreneurship einiges gemacht und es ist auch in deiner, auf deinem Instagram-Kanal findet man dann im Linktree spannende Interviews, unter anderem mit einer eurer Investorinnen, der Leo-Sophie Kramer von Amorelli. Also du hast schon einiges gemacht und daher jetzt noch einmal die Frage, du hast schon gerade gesagt, Rhabarberschorle funktioniert für mich, für dich nicht. Gibt es vielleicht noch ein paar andere Erkenntnisse, die du jetzt im Rahmen dieser auch Selbststudie und Vorbereitung auf den Launch herausgefunden hast, die dich vielleicht überrascht oder schockiert haben oder vielleicht inspiriert, etwas zu ändern? Tatsächlich, so ein paar Sachen haben mich mehr überrascht, als ich dachte. Ich habe viel mit Snacks probiert, ich habe so ganz klassische Experimente gemacht, Schokolade versus Gummibärchen und dieses Gummibärchen-Spike hält ungefähr mit der Rhabarberschorle mit. Also das war so ein bisschen so most obvious, das habe ich dann einfach nochmal so gesehen. Also Schokolade war nicht so stark? Schokolade ist super, also das ist Good News, wie gesagt, man findet ja auch gute Sachen raus, aber also wenn sich jemand hier findet, der auf Gummibärchen, Skittles, so eine Hand davon, nicht Spike, bitte melden, das fände ich sehr spannend, das mal anzuschauen, das ist wirklich so, so wirklich der Teufel scheinbar. Und dann habe ich mein Kaffee-Experiment ja schon berichtet, also da habe ich rausgefunden, ich kann meinen Kaffee morgens mit jeglicher Art von Milch trinken und ich variiere auch tatsächlich ein bisschen, weil es einfach manchmal so eine Lust- und Geschmacksfrage ist. Was auch noch total interessant ist, ist noch die Art der Zubereitung. So ganz basic habe ich erstmal verglichen, okay, Reis versus Pasta versus Kartoffeln so als Beilage. Und zum Beispiel funktioniert für mich, vielleicht für dich dann auch Pasta echt gut. Dann ist so das Thema Brot, das deutsche Abendbrot, da ist es ganz, ganz cool gewesen zu sehen, was so ein Unterschied das macht, wenn du das Brot tostest, weil das nochmal eine chemische Reaktion macht und dadurch einfach besser für meinen Blutzucker war, als wenn es frisch war. Also auch diese, man hat, es ist wie so eine Hierarchie-Ebene. Erstmal kannst du so die Gruppen dir anschauen und dann, wie esse ich es denn? Weil das hat auch Professor Elina auf uns ganz früh gesagt, wenn die Menschen 40, 50 verschiedene Sachen pro Tag, pro Woche essen ungefähr, das ist ja nicht viel. Das heißt, probiere damit rum, was du auch isst, nicht irgendein Experiment, das für dich nicht relevant ist. Und ich esse eigentlich auch mal ganz gern Brot und jetzt esse ich halt häufiger mal getoastetes Brot, was mir auch gut schmeckt. Also sich da so ein bisschen ranzutasten. Genau, das Thema Sonne, wie gesagt, habe ich schon berichtet. Bewegung, ich mache viel Yoga, das ist, also das macht nichts mit meinem Blutzucker. Das ist eigentlich super. Es fällt ihn fast runter. Das ist irgendwie so ein bisschen auch cool gewesen zu sehen, dass es auch diese Art von Feedback gibt. Das soll nicht heißen, dass man jetzt keine intensive Bewegung machen soll, bitte nicht falsch verstehen, aber das war so, was für mich halt relevant ist persönlich. Hast du noch, weil du vorher schon meintest, Kaltwasser vielleicht für Unerfahrene keine Idee. Allerdings die Dr. Josefine Worsig, die auch schon hier im Podcast war, die das Buch geschrieben hat, die Heilkraft der Kälte, die spricht, dass auch für Diabetiker tatsächlich Kaltbaden enorm hilfreich sein kann. Hast du da noch Erfahrungswerte? Ja, also ich wollte auch nicht sagen, was man sich machen soll. Ich glaube, das ist für viele Leute nur sehr abstrakt zum Reinstarten. Ich meine, für die, für deine Flowgrade Community, die sind da schon gewöhnt an solche Ideen, aber wenn Leute so zum ersten Mal sich das anschauen, dann ist das vielleicht nicht the lowest hanging fruit. Also generell funktioniert das, glaube ich, super. Zum Beispiel der Tim Böttner war auch schon bei unserem Hello Inside Podcast, den kennst du ja auch gut. Der hatte das auch berichtet, der hat schon ganz viel Sex experimentiert und er meinte, er sieht, wenn er morgens Eis badet, dass es über den ganzen Tag auch wirklich was macht. Also sicherlich eine coole Idee, das hinzuzunehmen. Ich bin per se auch ein großer Fan davon, eben nicht nur immer alles über Ernährung zu optimieren, weil sonst wird man da auch so ein bisschen zwanghaft und denkt, ich kann jetzt nur noch in der Reihenfolge das Essen und das darf ich auch nicht und um die Uhrzeit auch nicht. Sondern dass man eher sich wie so einen Baukasten sucht, verschiedene Sachen. Ich stelle meinen Backup-Ton richtig, ich starte in den Tag so, dass ich nicht direkt in zehn Minuten ein Spike habe, baue die Bewegungseinheiten so, dass sie irgendwie gut zu meinem Schlaf- und Tagesrhythmus fassen. Oh, und mein wichtigster Hack, der eigentlich so langsam klingt, langweilig klingt, Bewegung nach dem Lunch. Zehn Minuten um den Block, von mir aus, also auf der Toilette, im Büro ein paar Kniebeugen machen, auf dem Schreibtisch ein paar Liegestützen, weil alles, was die Muskeln aktiviert, sie nehmen sich unsere Glucose dann. Und das heißt, da haben wir eine Möglichkeit, die Kurve wirklich super schön geschmeidig zu halten. Und da reichen wirklich auch schon zehn Minuten, wenn man innerhalb der ersten halben Stunde bis 40 Minuten nach dem Essen sich ein bisschen bewegt. Und das kann ich hundertprozentig versprechen jedem in die Hand, dass dann man sich auch am Nachmittag besser spürt. Ja, und was du auch schon gerade angesprochen hast, wir nennen das im Biohacking auch Stacking, also von verschiedenen, nicht nur Ernährung eben, sondern zum Beispiel Kombination aus Ernährung, Bewegung, auch visuellem Training und da nochmal die Betonung einen Abendspaziergang nach dem Abendessen vor allem. Auch gut, ja. Super, wie du sagst, also du hast es gerade gesagt, Bewegung nach der Mahlzeit und du hast noch mehrere Effekte. Zum einen werden die Nährstoffe besser auch noch aufgenommen, also nicht nur eben Blutzucker, sondern auch andere Nährstoffe kommen mehr im Körper an und du hast gleichzeitig noch den Effekt von Optic Flow, sprich deine Amygdala reduziert ihre Aktivität durch diese Bewegung durch den dreidimensionalen Raum, das gut studiert. Dann hast du noch die frische Luft, du hast die Lichtfrequenzen im Abend, die deine Hormone wieder richtig einstellen, sprich Cortisol runterbringen und Melatonin ansteigen lassen. Das heißt, so ein Abendspaziergang stärkt schon diverse Sachen und hält dein Blutzucker stabil und deswegen ist das ein Wahnsinns-Biohack. Ja, und klingt so ein bisschen so, oh Gott, ja, spazieren gehen, lame, aber ich finde es auch echt Gold wert. Das ist ja das Tolle, auch an eurem Projekt, finde ich, wenn du rausfindest, dass oft die simpelsten Sachen eigentlich, was die für Effekte haben und dass wir so gekoppelt sind an unser Umfeld und unsere Natur und wenn wir das wieder zulassen, aber das Wissen, das führt dazu, dass es noch mehr Spaß macht. Also früher als Kind habe ich mir gedacht, ich muss nochmal spazieren gehen oder atmen, so okay, aber wenn du weißt, boah, wenn ich irgendwie durch die Nase noch atme und irgendwie das genau mit dem Spaziergang kombiniere und die Lichtfrequenz und die Augen aufsperre und die Nährstoffe werden aufgenommen, dann hat man da richtig nochmal viel Spaß dabei. Das ist der motivierende Effekt der Selbstbeobachtung. Und da muss ich noch hinzufügen, die sechste Säule der Lebensstilmedizin, dieses Social Connectedness. Man kann das ja auch super zu zweit machen oder zu dritt spazieren gehen. Das kommt dann noch dazu. Also genau, dann findet man auch vielleicht den Tribe. Genau, auf einmal merkst du, du lernst jemanden kennen sogar beim Spazierengehen und man macht es mal auch immer zu zweit. Ja, genau so ist das Leben. Ja, toll. Jetzt noch, genau, noch ein paar Fragen an dich und zwar, hast du eine Morgenroutine? Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ein ziemlicher Morgenmensch, glücklicherweise. Also mir fällt es nicht schwer aufzustehen und das Erste, was ich tatsächlich mache, ist neben natürlich dem Glas Wasser, dass man sich, ja, auch immer empfiehlt, direkt zum Startenden Tag. Ich habe immer meine Yogamatte schon da liegen. Da bin ich auch so ein bisschen, ja, Habit-Stacking und Nudging ist das so, ne? Da ist es einfach so klar für mich und dann mache ich halt, starte ich den Tag immer mit einer Bewegungsroutine. Also mindestens 20 Minuten und da bin ich wirklich so ein bisschen intuitiver. Ist es mal so, Yoga, verschiedene Arten oder ist es mal ein Workout? Wenn ich das nicht mache, gehe ich laufen, zweimal die Woche. Also das ist schon so sehr gesetzt. Wochenende bin ich da so ein bisschen flexibler, weil das ist einfach auch, was ich brauche. Genau. Und so starte ich eigentlich dann in den Tag und ich bin auch ein ziemlicher Frühstücksfan. Also für mich ist zum Beispiel Intervallfasten nichts bisher gewesen, das sich so langfristig durchsetzen lässt, aber ich bin halt auch ein ziemlicher Prepper. Das heißt, ich habe mein Frühstück schon am Abend vorbereitet und mache da noch so ein paar Sachen drauf und das ist sozusagen dann so der nächste Step. Ja, und dann, da ich meistens vom Homeoffice arbeite, wenn ich nicht reise, bin ich dann auch ziemlich schnell dann danach am Arbeiten. Okay. Und Arbeiten, das tust du viel und jetzt die Frage noch zu eurem Projekt. Also wenn du dir jetzt vorstellst, in drei Jahren ist Hello Insight mega erfolgreich, ihr habt quasi viel erreicht, ihr habt viel Leben verändert. Was sind die notwendigen Schritte, die passieren müssen? Oder du kannst jetzt auch einen Wunsch aussprechen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass eure Kundinnen und Kunden machen, um euch da hinzubringen, dass ihr möglichst viel in der Gesellschaft verändert. Ja, ich glaube, da brauchen wir so ein paar Hebel, ich meine, wir haben eben über unseren Einstieg und das Programm gesprochen und natürlich brauchen wir jetzt erstmal viele, viele UserIn, die uns sehr, sehr viel Feedback geben. Was ist eigentlich das, was bei euch wirklich so ja, diesen Long-Term-Behavior-Change, diese Verhaltensänderung ermöglicht, was in eurem Leben zu verändern? Es gibt da so ein paar Themen, die sind vielleicht eher so ein bisschen subjektiv getrieben, wie man sich fühlen will und dann hatten wir über das Thema Prävention gesprochen. Um da hinzukommen, müssen wir natürlich ganz genau verstehen, was hilft zum Beispiel im Gewichtsmanagement, was hilft wirklich in dem Produkt in Verbindung mit dem Biomarker und vielleicht auch anderen. Das ist natürlich auch was, es wird ja sicherlich auch was hinzukommen zu Glucose, werden auch mehrere Sachen wissen. Du hattest ja eben auch schon ein paar spannende Marker erwähnt und ich glaube, das ist so ganz wichtig bei allen Innovationen, die man macht, dass man nicht so schlange in seinem Kämmerlein rumwuselt. Man testet ja dann auch ein bisschen mit ein paar Usern, aber dass man dann schnell über diese Early Adopter hinwegkommt und versteht, okay, was ist wirklich für die, ja, eine große Gruppe der Bevölkerung. Ich meine, wir hatten die 11 Millionen, hattest du gesagt, Prädiabetiker beschrieben. Wie erreiche ich die denn? Was interessiert die und wie kriege ich die motiviert? Und dann ist natürlich auch mein Wunsch, dass wir wirklich genau die Menschen erreichen, die von Prävention noch nie gehört haben oder irgendwie gar keinen Zugang zu haben und dass sie es besser verstehen. Und da brauchen wir natürlich eine Community, die auch, sag ich mal, kritisch ist, Feedback gibt und da wirklich die Möglichkeit uns schafft, uns schnell, ja, weiterzuentwickeln. Und das ist ja das Gute im digitalen Raum. Man wächst ja eigentlich immer weiter. Jede Woche kommt irgendwie eine neue Version der App vom Service, von den Programmen. Und ich glaube, wenn wir da wirklich jetzt gut auf den Markt ankommen und von den Menschen lernen, dann ist das schon so der wichtigste Schritt. Ja, super. Genau, da zählen wir nämlich auf euch alle da draußen. Oh, ja. Dass ihr da auch viel uns wissen lasst, so was ihr herausfindet. Und viele, ich weiß, die Biohacker-Szene ist nämlich genau die, die machen wir es ja schon seit Jahren. Deswegen teilt eure Erfahrungen gerne, probiert Hello Insight aus und teilt es und inspiriert dadurch auch andere. Das ist sehr, sehr wertvoll. Absolut. Anne, noch eine Frage. Gibt es eine Sache, auf die du nicht verzichten würdest, auch wenn dein Blutzucker in die Höhe schießt? Es kann auch hin und wieder sein. Es kann auch hin und wieder sein. Ja, doch. Doch, Popcorn. Also es ist tatsächlich so, ich bin ja auch mehr als nur ein Mensch und bin dann, manchmal, wenn ich keinen Sensor dran habe, dann denke ich so, ach, Cheat Day und jetzt erst mal schön ein paar Sachen snacken und mal doch nicht so, ne, doch mal zwischendurch. Also sicherlich passiert das und ich glaube, da ist es immer wichtig, einfach die Balance zu haben. Aber es gibt Sachen, die mag man einfach zu gern. Wie wir im Vorgespräch gesagt haben, Flowgrade Lifestyle und Genoss ist ein wichtiger Teil von Gesundheit auch. Genau. Also darum geht es. Ja, Anne, an dieser Stelle erst mal, jetzt darfst du noch mal kurz sagen, wo man dich, mehr über dich findet und auch mehr über Hello Insight, noch mal aus deinem, ich habe es schon mehrmals erwähnt. Ja, voll gern. Genau. Also wenn jetzt sagt, jemand sagt, ich will jetzt unbedingt noch mehr herausfinden, will ich mir das Produkt holen? Ja, dann die Homepage, das einfachste, helloinsight.com, da kommt man direkt in den Shop für das Look Inside Kit. Also das ist, würde ich sagen, recht intuitiv in wenigen Klicks. Da haben wir eine ganz coole Seite und für den Content, wo wir auch unsere, ja, Hacks verteilen, wo wir auch mit der Community natürlich interagieren und da, nach dem Launch, jetzt auch einiges passiert, ist dann auf Instagram auf Hello Insight, also at Hello Insight Official und bei mir ist es dann at Dr. unterstrich Annelatz. Also da findet man uns, sind wir sehr interaktiv für die Businessleute auch auf LinkedIn, aber ich denke mal so, unsere Homepage und Instagram sind die wichtigsten Kanäle. Genau. Und auch melden, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht Lust hat an einer Kooperation oder vielleicht auf dich zugehen will. Wir haben ja auch immer wieder mal Firmengründer hier, die auch beim Flowfest aktiv waren oder sowas, wo ich mir vorstellen könnte, die haben Lust drauf. Und natürlich auch unsere Studien, wir machen eine große Online-Studie zum Thema kognitive Performance, die läuft auch, das ist quasi auch so innovativ wie jetzt Studien gedacht werden, dass man wirklich in Echtzeit mit der Community dann auch Forschung macht. Also da, das findet man auch über die Homepage oder auch sonst mich anschreiben, das koordinieren wir dann auch super gerne. Ja, Anne, vielen Dank. Wahnsinn. Die Frau hat es drauf. Du hast mich komplett überzeugt und deswegen teste ich jetzt nochmal meinen Blutzucker. Gerade fragen, wie geht es dir, Max, mit deinem Zucker? So. 97. Oh, siehst du? Ist mir runtergegangen. So ein gesunder Mensch. Sehr cool. An dieser Stelle vielen, vielen Dank im Namen von allen in der Flowgrade-Community, liebe Anne. Also ich bemühe mich, da Hello Insight in die Welt zu tragen. Ich finde es super wertvoll, was ihr macht. Danke für deinen Einsatz und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Go for Flow. Vielen Dank, Max. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.